ja herzlich willkommen zurück zu einem weiteren video zu annual engine was habe ich jetzt gemacht ich habe jetzt also das ist der zweite teil vom video in der ich jetzt erstmals es jetzt rein oder eingefügt habe über kürzel bridge in dem fall berge jetzt ist es so dass wir diese natürlich erstmal farblich anpassen müssen man sieht ja hier schon zwischen bergen dass da habe ich wie soll ich sagen fabische differenzen halt bestehen und das würde man wenn die nebeneinander stehen würden in der welt halt schon also man könnte schon sehen dass das so nicht direkt zueinander passt jetzt kann man natürlich die assets anklicken rechtsklick brauchst du es hat klicken man wählt den hier aus doppelklick und jetzt kann man über dieses albeto tint ich nehme mal dieses fenster wachs zur seite denn das schöne ist ja eine andere ländchen dass man das in realtime sehen kann also die veränderung und jetzt pack ich das mal hier hin ich meine die sind ja schon recht identisch jetzt kann man über dieses albeto tint klickt man an und jetzt kann man die farben anpassen man sieht dass hier wie sich die farben ändern und wir versuchen natürlich es schon recht identisch aus festzuhalten ok jetzt speichern war das ganze das fenster kann man schließen ok doch nicht so ganz identisch ist nicht schlimm das können wir natürlich noch korrigieren jetzt ist das nächste ich was kann ich ob ich die jetzt schon bearbeitet habe man kann jetzt leider noch durch die assets durchlaufen das sollte natürlich nicht der fall sein ich glaube dieses habe ich schon gemacht das ist jetzt da kann jetzt kann ich das nicht durchlaufen also es steht es entsteht eine kollision so wie habe ich das gemacht eigentlich recht simpel und zwar wenn ihn machen das jetzt mal hier an diesem beispiel fest ich zeige es mal rechtsklick brauchst du es setzt und wir gehen auf diesen jahr doppelklick jetzt sind wir im bearbeitungsmodus von diesem asset wie gehen bevor wir haben also wir müssen eigentlich dieses komplex die komposition fenster hier haben dafür gibt man auch window und wählt es hier aus das hat zur folge dass dieses asset ein gitter erhält also quasi eine kollision entsteht wenn wir jetzt dagegen laufen würden so hier kann man die feinheiten einstellen ich habe es schon vorab mal ein bisschen eingestellt um zu schauen wie das funktioniert man sieht jetzt hier das gitter und jetzt das erzeugt jetzt den effekt dass wenn ich da darauf zuläufe ja ich halt nicht mehr durchlaufen kann das bestätigen mal mit apply das haben wir jetzt gerade gemacht und speichern das so das dauert jetzt ein bisschen ein moment so wenn es da kann man wieder schließen und jetzt ist es so wenn ich das auf play gehe klicke und auf dieses assets zuläufe müsste ich eigentlich nicht durchlaufen können so das geht nicht und das gleiche ich meine für die drei haben wir das jetzt gemacht machen wir für diesen hier also rechtsklick brauchst du es ist doppelklick oder ist ein bisschen groß so apply das wenn es das jetzt hier vorhanden das geht jetzt nicht mehr weg und speichern das so wenn es da kann man wieder schließen so die müssen wir noch ein bisschen angleichen von der farbe her und wir müssen definitiv rechtsklicken ja doch war richtig mein gott so ziehen das fenster rüber gehen vielleicht noch ein bisschen ran mit der kamera das kann übrigens mit dem rettchen machen eine maus klicken albino tint albedo tint und passen das bisschen ein bisschen mehr braun brauchen ich glaube hundertprozentig kriegt das sowieso nicht hin halten wir mal fest schließen passen jetzt dna und rechtsklick was zuerst wird werden es darunter ziehen zur seite zack und das sieht doch schon ganz gut aus glaube ich jetzt das behalten ok safe fenster schließen den nehmen wir packen mal kurz rüber so doppelklick fenster zur seite und ein bilder tint doppelklick also ein klick und dann passen wir die farbe oder sie gut aus dass sie gut aus dass halt mal fest ok safe so ja jetzt haben wir die farbe ein bisschen angepasst ich meine die zwei passen noch nicht so ganz zueinander aber ist nicht schlimm und wir können durch keinen dieser erst jetzt mehr durchlaufen ok das müssten wir natürlich ein bisschen anpassen genau perfekt escape das passen wir noch mal ein bisschen an warte mal schon viel besser oder da mega perfekt speichern so das sieht doch gut aus haben wir schon mal unsere wände die kann man natürlich die form ändern die größe also man kann halt beliebig skalieren wie man will ja und das werde ich jetzt natürlich ein bisschen ausbauen und das ergebnis wird man dann im nächsten video sehen bis zum nächsten mal